Hallo ihr Lieben, willkommen zum heutigen neuen Video hier auf meinem Channel und heute gibt es ein etwas seltsames Weihnachtsplatzsal-Rezept, wo ich mir auch nicht sicher bin. Also es ist nicht so, als ob sie nicht gut wären, aber sie sind sehr eigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt für die Leute, die es nachmachen, was ihr dazu sagt, weil es ist einfach eigen. Ihr werdet es auch gleich merken, wenn ich euch die Zutaten vorlese, dass es etwas eigen ist. Ich habe noch nie von solchen Plätzchen davor gelesen, deswegen haben sie mich auch interessiert. Sie nennt sich auch in dem Koch-Backbuch, das ich habe, einfach nur Platzerlen und dachte mir so, okay, sehr nichtssagend und dann habe ich mir die Zutaten durchgelesen und dachte mir so, oh, interesting, okay, let's do this. Die Rezepte, die ihr hier auf meinem Channel bekommt, sind alle Rezepte, die auf jeden Fall Vintage sind, eigentlich alles so bis maximal 50er oder Anfang 60er Jahre. In diesem Fall ist es ein Buch, das sich mit der Küche der Nachkriegszeit beschäftigt und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los. Vorerst an alle neuen Leute auf meinem Channel, vergesst bitte nicht, ein Abo dazulassen. Über Daumen nach oben freue ich mich immer sehr und dann let's go mit den Zutaten für Platzerlen. Ihr braucht, um diese Platzerlen zu machen, 100 Gramm Grieß, 50 Gramm Mehl, zwei Päckchen Vanillepudding, 80 Gramm Zucker, 30 Gramm Butter, ein Ei, einen halben Teelöffel Backpulver und dann entweder ein Eigelb oder Milch zum Bestreichen. Mein Problem war schon beim Lesen, dass ich mir dachte, das ist aber ganz schön wenig Flüssigkeit für ganz schön viel Mehl, dann das Puddingpulver, der Grieß, also vor allem Grieß, nimmt ja wahnsinnig viel Flüssigkeit auf und es war auch dann so, während dem Backvorgang habe ich glaube ich ein oder sogar zwei, ich weiß gar nicht, man sieht es dann ja im Video gleich, Eier dazugegeben noch zusätzlich. Also irgendwas an Flüssigkeit habe ich noch mit reingehauen, weil das war einfach nur pupstrocken, das war einfach nur staubig und ich habe es nicht verstanden. Ich habe mir auch überlegt, so meinen sie vielleicht beim Pudding, aber es heißt ja Päckchen, das ist für mich Puddingpulver. Aber ja, also es war komisch, es hat dann aber am Ende funktioniert, nachdem ich einfach mehr Dinge dazugegeben habe, die flüssig sind. Die Zubereitung lautet wie folgt. Ihr müsst einfach alles zu einem glatten Teig verkneten und wie gesagt, hier habe ich mehr Ei, wenn ich mich recht erinnere, hinzugegeben, weil es einfach zu trocken war. Das Ganze soll dann eigentlich auch noch 30 Minuten in den Kühlschrank, Ich habe es in den Kühlschrank gestellt tatsächlich, aber er war eigentlich eh so trocken, dass ich es nicht verstanden habe, warum er in den Kühlschrank muss. Also wie gesagt, vielleicht muss man auch wirklich Pudding richtig anrühren aus zwei Packungen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht probiere ich das auch nächstes Jahr mal aus, wenn ich wirklich zwei Puddingpackungen zu Pudding erst verarbeite und dann daraus das Ganze mache. Wobei ich mir das schon auch ziemlich zu flüssig dann vorstelle. Es ist wirklich verwirrend, es ist wirklich, wirklich, wirklich verwirrend, aber ich habe es eben nur mit dem Pulver gemacht und habe dann, glaube ich, mehr Ei dazu gegeben. Es ist auch jetzt so, wenn ich in die Kekse reinbeiße, dass man auf jeden Fall den Grieß noch merkt. Also er ist nicht irgendwie richtig schön aufgegangen, sondern es ist immer noch etwas grisig. Es schmeckt aber trotzdem gut, es schmeckt halt wie Vanillepudding. Also du hast einen Keks, einen trockenen Keks, der nach Vanillepudding schmeckt. Ja, so viel dazu. Ihr müsst dann wie bei allen Plätzchen halt auf einer bemehlten Fläche euch den Teig ausrollen, Formen ausstechen, Plätzchen ausstechen, das Ganze mit Eigelb oder Milch bestreichen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und circa 10 Minuten Goldgelb bei 160 Grad backen. Sagt mir gerne mal Bescheid in den Kommentaren, wenn ihr sie ausprobiert und wenn ihr sie zum Beispiel wirklich mit angerührtem Vanillepudding machen würdet, ob das funktioniert hat oder ob sie zu flüssig waren, dann wird es vielleicht sogar Sinn ergeben, warum man sie noch im Kühlschrank tun muss. Also mal schauen, vielleicht habe ich es auch noch falsch gemacht, weil ich es falsch verstanden habe, weil es sehr kryptisch einfach beschrieben ist. Aber ich bin gespannt für die Leute, die sich daran wagen wollen und ein bisschen experimentieren wollen, was bei euch dabei rauskommt. Sagt mir gerne Bescheid. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn man über diese Kekse, zumindest in dem Zustand, in dem ich sie jetzt habe, noch irgendwie Schokolade drüber macht oder irgendwas, um dieses ein bisschen Trockene einfach noch irgendwie so ein bisschen abzurunden. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr daraus macht aus diesem Rezept, ob ihr was draus macht und schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, es zu lesen. Also meine Lieben, habt nach wie vor eine schöne, möglichst entspannte Vorweihnachtszeit. und bis zum nächsten Video. Tschüss!